Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Loll of Lolle mit eurem Shotcaller Maximilian Schmacksschweiler und dem lieben Torben Yeah dessen Arsch so groß ist, dass er bald durch kein Tür mehr passt Warte Ohoho Bei Max geht nochmal der Staubsauger los Das ist nicht richtig Das ist klar und das ist nicht wahr Jawoll He Bastard Ich habe gestern Kasten gekauft von meinem Lieblingswein Ich hasse wein Yo Definitely Also Carol Okay zwei würde am angebot ok 250 macht dann auch die lust voller pirat ja schreit die frau da im zimmer rum und beißt du könntest mal wenn du willst auf tabulator tricke unter die last hits vom eswelle ohne angucken ja so weil wir schaden machen wollen gehen wir auch aus schaden das stimmt nicht nur noch die team of support masteries und flash okay geflasht ist er pfff see ya bitches see ya ein auto attack? ja easy oh shit vladimir stun loll haben wir gesaved guck mal wenn du Bock hast jemand guck mal der towerscheiß schießt immer noch siehst du das? pew guck mal hier pew 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 ein lecker rein im bo flog entsteht diese bis also auch einfach Das war ok. Du regelst das. LOL! LOL! Was ist da los? Was ist los? LOL! Was ist los? Who is the boss? Diese Schweinepiechern! Bleib doch hier! Bleib doch hier! Hörmit! Hast du das gesehen? Ja, du hast auf jeden Fall getroffen? Ich hab voll getroffen! Aber voll Möhre! LOL! 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 Hörmit! Geht noch! So! Wieso schlecht? Warum machst du denn einfach Uldi? Jetzt einfach Uldi! Hahahaha! Nein! Pass auf, den hole ich mir jetzt! Oh, ist das ein Uldi! Ist das ein Kuh! Gewonnen! Woop woop! Woop woop! Ja! Ja! Ja!